Erstmal den Tagstürmer. Zack, Rainer. Hopp, jo, verfolg mal. Jetzt wird mir nicht direkt gesagt, ey, Kumpel, du hast es verkackt. Dann können wir raus und neu rein. So, Bran ist mal wieder, also für... Genau, wir machen jetzt hier den Erfolg, wie heißt der, Tagstürmer. Genau, hier den Erfolg, Tagstürmer machen wir jetzt. Für alle, die es interessiert, wir haben Bran mit dabei, auf Stufe 26, als Kampfrolle mit der Kampfkuriosität Fallspitzengötze aus Porzellan. Und Unterstützungskuriosität haben wir die Amorphis-Relikt, Gesundheit. Wir sind hier in Stufe 8 drin, für den Erfolg muss es mindestens 8 sein und wir sind alleine unterwegs. So, jetzt hoffe ich einfach, dass nicht, dass der Typ nicht wiederkommt. Ich meine, ich hatte ihn bisher noch nie, ne? Das war das erste Mal. Aber gut. Das war das erste Mal. Das machen wir nicht noch mal. Mal raus, da aus dem, der Zeug, danke. So, du rufst jetzt bitte nicht wieder Hilfe. Das ist nämlich echt eklig, hier den Angriffen von ihm auszuweichen. Und gleichzeitig aber nicht in dieses Feucht da rein. Oh, warum hat der eigentlich so viel Leben? Er hat gerade neun Millionen mit einem Hit weggemacht. Ah, nee. Kranker Dude. So, und jetzt? Wo muss ich denn? Oh, wow. Okay. Cool. Jetzt müssen wir uns hier mal dran vorbei schmuggeln. Ich bin zu weit weg. Hier oben ist nur jetzt ne glatte Fläche. Da sehen wir es besser, wenn er was macht. Hier sowas zum Beispiel. Wird das auf Treppen immer etwas, hm, naja. Was richtet der denn da immer mit dem an? Ist ja insane. Auf einmal kippt er um. So, du bleibst ja einen Augenblick kleinen Kreis, oder? Perfekt. Danke. Oh. Das muss ich mit ein paar mehr machen. Na gut. Und. Haben wir den fertig gebannt? Yes. Wir schleichen uns ja weiter durch. Boah, ich dachte gerade schon, der ist ja wieder, aber Mann. Das ist nur ähm Sonnenverstärkung, dass die Truppe da verstärkt ist. Attacke! Oh, ich bin richtig hier zwergenlike mit Sprint rein. So, ein Leben mehr. Na, guck. Wir gehen erstmal hier lang. Uh, das ist ein Rare. Den brauchen wir eigentlich auch. Also, es ist ja eigentlich egal, ob wir sterben, ja? Wir dürfen ja nur nicht von den Artillerie-Schuss getroffen werden. Und wenn ich alles täusche, gibt es nämlich ja auch irgendwas mit Mosso und so viele Rares getötet haben. So, Rätsel. Oh, Stufe 30. Okay. Ähm. Schließ die unten aufgeführten Tiefen von, ne? Auf Stufe 4 oder höher mit verbleibenden Wiederbelegungen ab. Habe ich noch nicht gemacht? Okay. Hier gab es doch auch irgendwas mit Rare Mobs. Die spielen mir fast sicher. Hm. Das hier passiert mir zum Beispiel nie, ne? Also, dass der irgendwie ohnmächtig wird. Der wird immer beim Endboss ohnmächtig. Nur da kann ich ihn nicht wiederbeleben. Weil danach lebt er einfach direkt wieder. So. Den dann auch noch. Ah, das ist auch nur ein kleiner hier. Das ist gut. Ähm. Ist auch weg. Einmal außenrum. Jetzt haben wir noch eine. Jo. Hinten drin. Perfekt. So. Dann nehmen wir mal den Rare da mit. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Zum Spielen. Dann. 34 Millionen. Das dauert auch wieder ein bisschen. Wow. 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 Wir sind immer noch unsicher. Äh. Äh. Unsicher. Jo. Ob. Äh. Mann. Die Irden. Fähigkeit. Ja. Was ist denn nun los hier? Hallo? Ach. Ich war in diesem Pilz drinnen. Ich werde bekloppt. Spawnt der Belohnungspilz einfach direkt in mir. Ich will mich nicht erholen. Weiter. Wo geht es hier eigentlich weiter? Geht es da lang weiter? Ja. Darunter geht es auf jeden Fall noch nicht. Also da lang geht es auf jeden Fall noch nicht. Wir müssen glaube ich hier lang. Ja. Das sieht gut aus. Schön außenrum hier. Ab nach unten. Hallo? Einmal anklopfen bitte. Danke. Wo ist hier eigentlich der Piraten, Schatz? Ja. Genau, Bogenschütze. Du darfst auch dichter kommen, damit ich dich mit weghauen kann. Er steht einfach da mittendrin. Nee, die sind Lila-Kreisen. Der Erfolg verdammt einen so ein bisschen dazu. Einfach warten zu müssen. Kann ich den noch nehmen? Das sieht gut aus. Perfekt. So, hallo aus dem Lurk. Viel Spaß und Erfolg. Danke dir. Ne, wieder werden wir warten. Da warten wir lieber. Habe ich das gerade eigentlich wirklich gerade Lurk ausgesprochen? Ich meine natürlich den Lurk. Ja, komischer Frosch. Lurk. Also richtig, so richtig typisch deutsch, ne? Also so. Ja, da steht Lurk. Da steht Lurk. Da ist kein Öl. Also kann es auch nicht Lurk sein. Könnte von Oma oder Opa kommen. Wie, da steht er doch gerade auch nicht. Oh, die Gruppe müssen wir aber tatsächlich sogar mitmachen. Weil, für alle, die es nicht wissen, alle Gruppen, die bei so einem Schatten sind, die sich Strahlen da haben, wenn für jeden Schatten, den man weg macht, kriegt man mehr tiefen Unterstützungsmarken am Ende. Die man halt braucht, wenn man sich da was kaufen oder so möchte. Oder auch den Fortschritt, den tiefen Fortschritt vorantreiben will. Nur mal so am Rande. Aber... Wo ist denn jetzt der letzte Dude davon, ne? Sag mir nicht, der ist verpackt. Dann kriege ich immer eine Krise hier. Vielleicht hängt der irgendwo anders. Ich muss näher ran. Ich bin zugegeben. Peng. Peng. Schaut euch um. Hier sind Schätze. Ich sehe keinen Schatz. Sorry. Okay, da kommen wir jetzt hier da durch, glaube ich nur. Wofür haben wir denn hier? Nein, gehen wir mal hier weiter. Oh, hier müssen wir wieder warten. Oh, wir wären ja sogar rangekommen. Na toll. Zack. Bloß nicht zu weit gehen. Aber weit gehen noch damit... Hinter uns der Kreis... Oh, sehr gut. ...uns auch nicht trifft. Was ist das hier? Durchnässtetruhe. Blitzflash. Boah. Das ist aber eine große Gruppe, die hier verstärkt ist. Ja, und ich muss natürlich alle pullen, oder was? Unsere neue Waffe, die richtet das. Kein Problem. Er hat sich das schon direkt gelohnt, hier reingegangen zu sein. Hier kommt ja auch da. Warum? Weil die nicht gestorben sind, sondern abhauen, oder? Jetzt haben wir das. Zack. Dann vorbei. Oh, cool. Das war nur einer. Ah, ja. Kultisten. Oh Gott, das sind drei Stück. Wann ist bei den anderen Dingern hier auch schon drei? Los, Bran. Zeig, was du kannst. Oh Gott, 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 was du kannst. auch immer gut dass er mir sagt da müssen wir ausweichen und selber steht er da einfach drin ganz ruhig ich lebe noch ich lebe noch ich bin noch nicht tot ich sterbe hier in den einen haben aber rechtzeitig tode gekriegt nix mit run ein wahrer monk läuft nicht weg er gewinnt egal in welcher situation und danke für den lörner bis später stürmer abgeschlossen was ist das hier schließt einen tiefen auf stufe 8 oder höher auf ab ohne zu sterben bisher auch noch nicht gab so so Untertitelung des ZDF, 2020